20.000 Meilen, aber für den Reisezeitraum 15.09. bis zum 31.10. nach Riyadh und nach Bachrhein. Das lecker war. Ist übrigens sehr schön. Also Riyadh hat sich wirklich gemacht, muss man der Ehrlichkeit aber sagen. Jetzt sagt ihr, alter, labernicht, sagt mir die Nächsten. Ja, okay, jetzt kommt Premium Economy. Ist natürlich auch Buchungszeitraum 3.3., 3.6., 3.6. bis 30.6. Und Reisezeitraum 15.09. bis 31.10. sind 40.000 Meilen, die er für bezahlt. Und da sind die Ziele Delhi und Haider Rabatt.